Können wir vielleicht über wichtige Sachen reden und keine Diskussion darüber führen, wer wo verankert ist? Ja, natürlich. Sicher. Hättet ihr gerade etwas zu trinken, zum ausspülen? Sicherlich hier in mein Wasser. Ihr habt hier noch links ein kleines Bröckchen? Ja, sie wischt sich mal über das Gesicht und versucht ihn abzuwischen. Ich reiche ein Seitentaschentuch. Ja, das könnt ihr behalten, aber danke. Also, wir haben gute und wir haben nicht so gute Nachrichten. Welche wollt ihr zuerst hören? Den nächsten guten. Gut, also diese Kanalisation soll als Transitnetzwerk zwischen Jolgur Mag und Barung und hier und... Ach, Isarun. Werheim. Werheim, genau. Barung, Jolgur Mag und Werheim. Richtig. Wie schon bereits vermutet, ist die Kanalisation nicht mehr auf Dere verankert, sondern tatsächlich eine eigenständige Globule mit mehreren Zugängen, durch die wir wohl mindestens einmal hindurchgestolpert sind. Und ja, dieses Ritual soll irgendwo unten in diesen Kavernen gehalten werden und dadurch Tore zu anderen Orten geöffnet werden, um noch mehr Truppen hin und her schicken zu können. Scheiße. Großartig. Ja, und jetzt die gute Nachricht. Wir werden Asmodeus von Andagas töten. Das stand nie in Frage. Und das hilft uns so wie ihm? Ja, es wird das Ritual verzögern. Oder sogar aufhalten. Oh ja, wisst ihr das? Von Bibliothekarius, der das irgendwie in der Zukunft gesehen hat. Fragt mich nicht. Die hatten wohl ein schwarzes Auge irgendwie mal in Gareth. Orten des Auges und so. Keine Ahnung. Werde ich mir mal angucken, wenn ich wieder in Gareth bin. Aber das hat ja noch Zeit. Was ist der Stand der Belagerung? Was haben sie euch dazu erzählt? Wo sind die Truppen stationiert? Wer steht wo mit wieviel Mann? Wo können wir gut zuschlagen? Das Problem ist, dass der Bibliotheker tatsächlich ganz alleine im Informationsinstitut ist. Die anderen Hellsichtsmagier wurden ins Umland verlagert, größtenteils auch auf die Feste Hohenstein. Dort, wo die Fürstinnen und Ukuriern von Rabenmund residieren. Wollt ihr mir damit dazu sagen, dass er nichts weiß? Nein. Ich denke, er hat sich tatsächlich größtenteils mit der Kanalisation und den magischen Phänomenen hier beschäftigt. Nicht mit der tatsächlich militärisch auswertbaren Seite des Kampfes. Wo ist, Satek? Wo ist also dann dieser Asmodeus? Unter Nemrod wäre das nicht passiert. Ach ja, Nemrod. Übrigens, wir haben hier diese Schatulle. Die ist für uns. Warum fangt ihr mich damit an? Ja, jetzt Nemrod nicht dieser eine Mann, den wir haben sterben lassen in der Festung. Habt ihr den nicht abgestochen, Janan? Warte, warte. Ich muss mich beherrschen. Ach, Nemrod. Jetzt weiß ich wieder, wieso mir der Name so bekannt vorkam. Das war so ein junger Mann, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. 30, 30 Menschen alt vielleicht. Jairus kriegt keinen Tritt. Der hat eine große Zukunft vor sich, glaube ich. Ja, der Mann ist schon tot. Können wir jetzt bitte darüber reden, was er uns geschickt hat? Ach so, eine Kiste. Hier. Isarun hat die Kiste. Ja, eigentlich ist sie an Jalan und Abel mir adressiert, weil er wohl diesen einen Auftrag gegeben hatte, euch gebührt die Ehre, sie aufzumachen. Vielleicht sollten wir uns ins Innere dieses Hauses begeben. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Habt ihr einen Ort gefunden, wo man sich ungestört von diesem Baron unterhalten kann? Natürlich. Kommt mit. Ich nehme an, wir haben einen gefunden, ansonsten wäre er wahnsinnig geworden. Ja, bestimmt. In den Baracken wird er sich nicht rumtreiben. Ich würde gerade sagen, dann geht ihr irgendwie zum Exerzierplatz ins Magazin und könnt dann da neben den Langschwertern stehen. Könnt euch da dann ungestört unterhalten. Habt ihr dann natürlich auch von der Rondrianerin, die diesbezüglichen Aufenthaltsrechte bekommen. Also, ich will da auch niemand irgendetwas Blöses unterhalten. Und Abel mir. Sehen wir uns doch einmal an, nicht wahr? Und er fängt die Schüttel. Nachhau ich. Ich nehme die Kiste, ich beschaue sie mir erstmal von allen Seiten, ob da irgendwas eingraviert ist, ob irgendwas draufsteht, ob mein Zettel dabei liegt. Und wenn nicht, versuche ich sie vorsichtig zu öffnen. Ich nehme an, es ist kein Schloss, das sichtbar wäre. Ne, es ist so eine Depeche-Tasche, die dann versiegelt worden ist mit, wie gesagt, so einem roten Siegelwachs. Und da dann das Zeichen von Dexter Nemroth drauf, der ja dann der Baron von Ulmenheim ist und auch dann der Graf von Werheim. Ja, wenn du es aufmachst, guckst du dir die einzelnen Pergamente durch, die du dort da findest. Und wirst feststellen, dass es sich dabei wohl unter anderem auch um sowas wie ein Testament handelt, was er unterschrieben hat. Aber eben auch ein Brief, was passiert, wenn er verstirbt. Und sehen euch das an. Anweisungen für seinen Tod. Du findest weiterhin unterschrieben, von ihm selbst unterschrieben in seiner eigenen Klaue, Notizen zu KGA-Agenten mit den Verschlüsselungen und den Entschlüsselungen. Und du wirst dabei feststellen, dass Notiziner von Perikum in seinem Auftrag sich Borbrot anschließt. Und das führt zu einer ganzen Menge, zu einer Kette von Ereignissen, die ganz anders aussehen. Und hat er was Interessantes geschrieben, oder ist das nur sein, wie heißt das nochmal, wenn man seine Lebensgeschichte erzählt hat, ob er stinklangweilig ist? Memorien. Einiges Interessantes, nicht zu eurer Augen bestimmt. Ich gebe einige von den Pergamenten an Abelmehr weiter. Interessant. Abelmehr, du guckst mal durch. Ein Zettel hat es ja dann wohl besonders angetan, den gibt er gerade noch nicht weiter. Dein Blick bleibt gerade stehen bei Nachfolgeanweisungen. Sollte er im Kampf fallen oder sterben, so soll Dregow von Angenbruch die elfte Schwinge übernehmen und der Anführer der KGA werden. Und nicht von Dregand Panigan. Das ergibt interessante Konstellationen im Mittelreich. Hm, das war absehbar, dass dies ein Wunsch wäre. Hätte Angenbruch sich nicht unbeliebt gemacht, wäre es sicherlich so eingetroffen. Dass wir ihm wissen, sein Wunsch war... Den Rat der Helden wird er sicherlich interessieren. Ist nur die Frage, ob dieser Wunsch durchsetzbar ist. Denn nichts werden wir in Garber dann in der Mittagzimmer erhautern müssen. Oder... Also, was ist denn jetzt... ...das große, wichtige, was in dieser Depassion-Tafel steckt? Also, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, will er, dass... ...wär auch immer dieser komische Anbruch-Typ da ist. Ist das nicht der mit dieser Knollen-Ding? Ja, egal. Was sagt der mit der Knolle? Ah, okay. Der möchte, dass der die KGA anführt. Steht das jetzt richtig? Ja. Richtig. Aber wieso glaubt er sagt, dass er das entscheiden darf? Das ist eine gute Frage. Und vor allem, warum er so entschieden hat. Nun... Das ist vollkommen egal, wenn er es nicht entscheiden darf, sondern die Schnauze halten. Nun, der Reichsgroßgeheimrat ist ein Mann mit vielen Kenntnissen. Und für gewöhnlich hat sich die Reichsregierung stets darauf berufen, wen sie als ihre Nachfolger vorschlagen. Für gewöhnlich waren sie allerdings auch meistens noch am Leben, um diesen Vorschlag zu verteidigen. Wer bestellt denn diesen Anführer der KGA? Die Kaser, Raphim. Wenn die Kaiserin ihn bestimmt hat, dann ist doch jetzt eh egal. Ganz egal, was der alte tote Mann hier will. Raphim, die Kaiserin ist tot. Ja, und er hat ihn vorher eingesetzt. Ihr versteht nicht die politische Dimension, vor allen Dingen. Was hatte der Großinquisitor gegen den Adeligen? Ein Adeliger? Ja. Muss ich mehr sagen. Vielleicht nicht nur. Vielleicht hat er sich etwas zu Schulden kommen lassen, oder ist nicht ganz der, der zu sein scheint. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass Angenbruch sein handverlesener Zögling ist, für ihn schon seit Jahren viel Arbeit gemacht hat und Paligan eben so ein Emporkömmling ist. Haltet ihr Dexter Nimrod wirklich für einen, der seine Zöglinge in hoher Ämter lootst? Ja, natürlich. So macht man das doch. Natürlich war er der Mentor von Angenbruch. Und er hat ihn so geformt, wie er ihn haben möchte. Das ist doch ganz natürlich was zu tun. Ich hatte von Dexter Nimrod eine völlig andere Ansicht, aber... Man sein eigenes Vermächtnis weiter, und das stimmt schon, da hat dieser Rom nicht Unrecht. Ich sehe es so wie Chiarras, äh, von Paligan. Was heißt, Paligan ist nun als Paligan ein direkter Verwandter von Alara und die Möglichkeit, dass er unter ihrer Knute steht, ist nicht von der Hand zu weisen. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Familie Paligan Zugriff auf die KGA-Akten erhält. Ich verstehe so, wie wir auch die Mittelländer, die wir auch hier zu machen haben, kommen lassen. Mir ist ganz egal, wer die Familie Paligan oder wer dieser oder jene Person ist, inwiefern ist das jetzt wichtig für uns, in unserer Situation? Gar nicht volltags. Gar nicht. Die Wahrheit ist allerdings ein hohes Gut. Dann können wir doch erstmal geflissentlich ignorieren, bis wir hier fertig sind, oder? Mit Sicherheit. Ja, Jarlon hält den Zettel in den Händen, der von hoher Relevanz ist. Von sehr hoher Relevanz. Sag mir, was halte ich denn laut? Ja, wie gesagt, ein Schreiben, dass Luthi Senna von Pericum KGA-Agentin ist und in seinem Auftrag gehandelt hat. Ich dachte nicht darum als den anderen. Ja, aber so kriege ich den anderen jetzt nicht. 987 Teilnahme am Maraskan-Feldzug unter Reto von Garret und dabei hat sie dann noch Dexter Nemroth selbst kennengelernt. Teilnahme an der Ogaschlacht, Aufstieg zur Obristen und dann, ja, dann hat sie sich wohl Ansfern von Rabenbund angeschlossen. So mir nichts, dir nichts. Wurde dann von Nemroth auf die Kerkerinsel Rulath gesperrt und hat dort dann sich Borbarat angeschlossen im Auftrage von Dexter Nemroth. Dann verwischt natürlich ihre Spur, es gibt noch einige Berichte, aber wann hattet ihr sie das erste Mal getroffen? Ja, aber wenn Jalan uns das nicht erzählt, dann können wir uns nicht darüber unterhalten. Ja, also Mark. Ja. Was ist denn nun greifen und habt ihr noch was, was ihr erzählen wollt oder können wir die alte Schatulle jetzt zur Seite legen? Aber mir? Sie gehören zum Rat der Helden, sie sollten das wissen, nicht, oder? Nein. Das sollte nur die Kaiserin wissen. Beziehungsweise den Rekagi-Jauberst. Was, 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 was sollte nur die Kaiserin wissen? Bolltrucks, wenn ihr das sagt, dann sollt ihr das nicht wissen. Es gibt einfach Dinge, da ist einfach Schnauze halten und wir haben es nie gesehen, die beste Alternative. Steckt die Zettel ein und verwahrt sie gut. Ergeben sich irgendwelche Handlungsanweisen aus diesen Zetteln? Nein. Die zum Wohle des Reiches sind, weil davon sollte ich schon wissen. Nicht unmittelbar. Wir werden die Sache erörtern müssen, wenn wir geahnt sind. Okay, dann packt ihr das jetzt alles wieder in euer kleines Handtäschchen zurück und wir gucken, wie wir diesen Krieg gewinnen, okay? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Oh. Aber mir? Meistens. Aber mir. Ja? Erinnert ihr euch noch an unseren Besuch auf Burgraben und... Oh ja. Wir könnten ein Problem haben. Möglicherweise. Wir könnten die Situation auch zu unserem Vorteil drehen. Nicht, dass ich kein Fan von mystischen Gesprächen bin, wo ich nicht mal die Hälfte verstehe, aber können wir uns auf wichtige Sachen konzentrieren? Okay, der Teil, der für euch wichtig ist. Lutisana von Pericom wurde von uns aus Jörgau-Mack extrahiert und anschließend von der Inquisition befragt. Aus dem Inquisitionskerker wurde sie entführt, freigesetzt, wie auch immer. Toll. Und danach trafen wir sie das nächste Mal auf, vermeintlich, auf dem du müsstest du ja auch gesehen haben, auf Burgraben und... Aber da habt ihr doch mal so eine Hand gesehen oder habt ihr auf einmal angefangen rumzuspinnen, oder nicht? Mhm. Sie war... Ja, wir haben ihr Gesicht gesehen. Ja, wenn sie da gewesen ist, warum ist das wichtig? Sie war Galottas Heermeisterin. Es könnte sein, dass sie in der... in der Mark agiert. Mit einem gewissen Bekannten von euch, Raphine. Es könnte sein, dass sie hier agiert, wenn wir Pech haben. Mit was für einem... auch nicht mit dem Sack, der mich umbringen wollte, oder? Genau der. Ja, gut, dann bringen wir die auch um. Wo ist jetzt das Problem? Ja, sie ist die Herrmeisterin von Barbarat. Bestimmt ist sie strategisch super toll und wir sind alle voll stolz auf sie. Aber können wir sie einfach ins Knie ficken und umbringen? Bitte. Nein. Es ist hier immer noch keine Probleme. Es ist eine alte Bekannte, die ihr nicht mögt und die wohl uns irgendwann Probleme bereiten wird. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass die Raphine zur Hand haben und sie umzubringen, bevor sie uns umbringen kann. Aber wer mehr? Ich halte es nie gut, wichtige Spielfiguren vor ihrer Nützlichkeit aus dem Spiel zu nehmen. Außer sie wollen einen umbringen. Und ja, viele Leute wollen einen umbringen, aber sie haben es bis jetzt nicht geschafft. Warum sollten sie es in Zukunft schaffen? Ich weiß nicht, mich wollten noch nicht so viele Leute umbringen. Ach, das kommt noch. Alltags, das ist ganz normal. Ja, aber das ist doch jetzt ein Problem für irgendwann. Nicht, wenn sie in der Stadt ist. Ja, aber selbst wenn sie hier ist, was ändert das? Einiges. Und was? Stellt nicht so viele Fragen, Raphine. Ja, aber dann können wir doch einfach verdammte Scheiße nochmal jetzt da rausgehen und die Arschlöcher umbringen. Wenn ihr mir eh nicht sagen wollt, worum es geht, dann halt doch einfach die Fresse und behält es für dich. Und wenn es wichtig wird oder du glaubst, dass du es uns mitteilen musst, teilt es uns mit. Aber die Hälfte von der Scheiße uns zu erzählen, die uns nichts bringen, brauchst du auch nicht. Moment, ist das eigentlich hier Pryos-gefällig, uns Wahrheit vorzuenthalten? Sie dürfen schweigen, sie dürfen aber nicht lügen. Selbstverständlich, die Wahl ist dein scharfes Schwert, das mit Bedacht geführt werden aus Voltax. Außerdem wären sie sonst ja ziemlich schlechte Geweihte. Wenn sie einfach allem, immer jedem, alles auf die Nase binden würden. Bei einigen Paktierer wäre das, glaube ich, eine sehr schlechte Vorgehensweise. Okay, seid ihr also fertig? Gut, also wir sind uns immer noch nicht der Loyalitäten von Luthisana von Pericom gewahr. Gut, wir sind so schlau wie vorher. Das hat Isauron sehr gut zusammengefasst und das ganz ohne Wutausbruch. Ich bin beeindruckt. Können wir dann weitermachen? Komm mit, Raphim. Was ist der Plan? Hast du einen? Also, die töten wir diesen... Wir müssen mal ein Nest von denen auseinandernehmen, das am besten irgendwo in der Nähe vom Palastberg ist, weil die vielleicht mehr Ahnung haben, wo verdammt nochmal Asmodeus sitzt. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, haben wir schon mal zehn von den Arschlöchern umgebracht. Wenn das der Fall ist und die wissen irgendwas, nutzen wir das, finden Asmodeus, bringen den Sack um. Dann ist dieses komische Globulen... Ach, was weiß ich, dieses dumme Ding unter der Stadt da. Ist dann auch kaputt. Wir bringen den Rest um. Friede, Freude, Eierkuchen. Die Stadt ist befreit. Wir sind Helden. Super. Wie kommt ihr darauf, dass wenn Asmodeus stirbt, die Globulen untergeht? Andeutungen. Aber das hat er doch gesagt. Es wird natürlich nicht explizit gesagt, dass der Tod irgendwie die Globule zerstört oder die Zugänge. Aber es wird halt von dieser Seite, also von Romeliser Seite aus, von Asmodeus, von Andergast koordiniert. Also steht eine Vermutung, dass sein Tod oder eine sonstige Schädigung seiner Person zumindest diese Globule hier aufhalten kann. Oder zumindest verhindern kann, dass die Tore geöffnet werden können. Ich würde zumindest einen anfangen. Ich würde es andersrum betrachten. Ich würde zuerst versuchen, die Globule zu zerstören und damit die Bewegungsfähigkeit der schwarzen Truppen zu... Ja, aber die Globule funktioniert doch noch gar nicht. Aber mir bitte erklärt mir doch mal, wie ihr es vorhabt, eine Globule zu zerstören. Also, das würde mich auch interessieren. Nun, es klang, als hätte sie ein Herz, nicht? So habe ich es auch verstanden. Ja, aber... So wäre ja ein Archer. Aber es ist eine Globule nicht... Aber mir könnte sie mir bitte genau erklären, was eine Globule ist. Ich war einfach nur so weit wüssten. Eine Sphäre, könnte man sagen. Wisst ihr, was eine Sphäre ist? Eine Fall für einen Sau. Sowas wie jetzt, wo wir hier sind? Stellt euch die kleinen Bläschen in eurem Bier vor. In so einem kleinen Bläschen, das ist eine Globule. Dies ist ein kleiner abgeschlossener Raum vom übrigen Gewebe. So wie ein Zorgan, erinnert euch. Ah, ihr meint mit der Hesindegewein? Exakt das. Ja, aber böse. Aber da war es ja von Hesinde kontrolliert, oder? So hoffen wir es zumindest. Ja, aber im Grunde kontrolliert dann doch auch immer, was auch immer diese komische Gugule erstellt. Oder was für ein Dämon sie auch immer erschafft. Wie sie aussieht. Oder verstehe ich das falsch? Wahrscheinlich wird das dieser Rastlose sein. Davon ist auszugehen. Also hat entweder Asmodeus das Ding gebaut, oder er befehle ich den komischen Dämon, der es baut, oder nicht? Das ist die Vermutung. Wir wissen nicht, wie die Globule entstanden ist. Ich vermute, dass sie ein gewisses Zentrum hat. Ein Ursprung, aus dem sie heraus entstanden ist. Oder der Bibliothekar hat auch gesagt, dass die Globule nicht über Nacht entstanden ist. Also vermute ich ein Ritual dahinter. Und dieses Ritual wird noch weiter fortgeführt, um die Tore zu öffnen. Das wollen wir natürlich verhindern. Ähm, ja, aber... Ja, aber das macht doch bestimmt dieser komische Asmodeus-Sack, oder nicht? Jetzt, jetzt wartet mal kurz. Ich finde, Abelmiers planen ja prinzipiell ganz gut, das Herz von der Globule zu zerstören. Aber das müsste man ja von innen zerstören. Und würde die Globule dann nicht wie ein Kartenhaus über einem zusammenbrechen und puff, man wäre weg? Nun, das wäre möglich. Und die meisten Dinge sterben nicht sofort, wenn ihr ihnen ins Herz stecht. Nun, erstens, es ist ein magisches Ding, das wir hoffen, nur dadurch überhaupt funktioniert. Also wird es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich dann zusammenbrechen. Zweitens, haben wir überhaupt irgendeine Chance, dieses Ding zu finden. Und drittens, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich überhaupt so ein Herz gibt? Hat einer von euch drei überhaupt Ahnung von sowas? Nun, wir haben eine Dämonenarchie umgebracht. Reicht das nicht? Das ist keine Dämonenarchie. Das ist auch dämonisch. Aber nur weil es dämonisch ist, heißt es nicht, dass es dasselbe ist. Was sollen wir stattdessen tun? Ich will den Verlag Magier töten. Genau. Ja, wir bringen Asmodeus um und wenn das, was die Scheiße nicht aufhält, dann bringen wir so lange jedes Arschloch in dieser Scheißstadt um, bis keiner mehr diese blöde Globule oder wie auch immer das heißt beschwören kann. Wo ist da das Problem? Denn in Zweifel stecht eine Baktiere ab. Finde ich auch gut. Bitteschön, da drüben ist die Nordlandbank. Fangt an. Nein, das hat das jetzt mit der Nordlandbank zu tun. Wie kommt ihr denn jetzt darauf? Ach, der verfluchte Baron hängt da immer noch dran. Ihr solltet ihm nicht so lange zuhören. Wir sollten uns jetzt einfach ein Paktiere nach dem anderen greifen, bis diese kleinen, miesen Arschlöcher uns, bis sie sich gegenseitig nacheinander verraten und wir einen nach dem anderen von ihnen platt machen. Und irgendwann weiß einer von diesen Arschlöchern was über Asmodeus, weil sie sich alle immer gegenseitig den Dolch in den Rücken rammen wollen und jeder Wichser von denen da draußen will auch Asmodeus den Dolch in den Rücken rammen. Da brauchen wir nur den richtigen finden. Der nämlich irgendwas weiß, das uns hilft, Asmodeus endgültig den Dolch in den Rücken zu rammen. Okay, hat irgendjemand, der nicht blutgierig ist, einen anderen Plan, denn sonst machen wir das. Ähm. Irich finde ich also eine sehr, sehr harte Ausdrucksweise. Ähm. Das einzige, was noch fehlt, ist, dass ihr es trinkt. Ich würde... Bringt ihn doch nicht auf Ideen. Wir beschreiben uns als gefechtsorientiert. Okay. Ja, aber ich stimme zu. Der nächste Ziel ist Asmodeus von Andergast. Das sehe ich ähnlich. Aber wir sollten vielleicht doch etwas diskreter vorgehen. Ja, aber das Problem ist, dass der Asmodeus, der ist doch hier ein Paktierer von dem Rastlosen. Der wird doch flott sein wie so eine Biene. Der wird sich überall schnitt. Das bringt ihm ja nichts, wenn alles um ihn herum dunkel ist. Weil dann läuft der Gegner ran. Äh. Fangen wir mit den richtigen, wo ist Asmodeus? Nein, mein Punkt ist ja, es ist doch richtig, die müssen sieben Minuten am Tag stehen, die still oder nicht. Also sagt man sich ja. Wir müssen ihn in diesen sieben Minuten erwischen. Weil sonst läuft er uns doch einfach weg. Und ihr, ihr Elefant im Porzellanladen, wollt euch in genau den sieben Minuten an ihn heranschleichen? Eigentlich wollte ich erstmal ein paar Paktierer umbringen und ob die irgendwie wissen, wie wir ihn zumindest entweder in der Zeit erwischen oder dass wir seinen Weg abpassen können. Also Jala nichts für ungut, aber ich glaube, Rafin kann besser schleichen als du so. Du, Kleiner, hältst dich da raus. Aber das ist eine Menschenangelegenheit. Ich gebe Jala ja nur ungern recht, aber tatsächlich ist der Herr Pryos-Geweihte schon immer sehr auf den Wegen Fextons gewandelt. Nicht wahr? Ich habe ja im Haus gesehen. Boah, gut. Aber der Plan ist doch jetzt einfach... Also finden wir einen Paktierer, wo nehmen wir den her? Ich meine, die laufen hier ja zu Genüge rum. Also wenn wir an 1 keinen Mangel haben, dann einen Paktierer. Nun, offensichtlich besetzen sie die Nordland-Bank und ich nehme auch einander das Rathaus draußen nach dem Markt. Vermutlich auch so ziemlich jedes andere Gebäude, das nicht von irgendwelchen verängstigten Bauern besetzt ist. Das wären jedenfalls die nächstbesten. Aber ich denke, also, ist Arasmoderus ein achroganter Sack? Ihr habt ihn schon mal getroffen. Aber ja, das könnte man sagen. Also ist er etepetet auf sich selber gesessen und hält sich für den Allerbesten, den Allergrößten, wie auch immer. Er ist ein Paktierer, das Rastlosen, natürlich ist er auf sich selbst versessen. Dann wird er doch mit Sicherheit irgendwann im Palastberg rumlaufen, nur um zu zeigen, was für ein toller Sack er ist und dass er es eingenommen hat und wie stolz er aufregt, wie geil sie ihn aufhören. Ich weiß jetzt nicht, was ein Archifaxus BÄM macht, aber ich finde das Geräusch gut. Man sagt, die könnten Gefahr buchstäblich in der Luft wittern. Vielleicht ist es nicht, um den aus der Ferne anzugehen. Ja, aber er wird doch bestimmt irgendwie am Palastberg oder im Wehenviertel oder so rumlaufen. Der Sack stellt sich doch für seine sieben Minuten nicht irgendwo unten in seine Globule rein. Dafür ist er doch viel zu edel. Nun meistens hält er sich im Palast auf, sagt man, wenn er nicht rastlos durch die Stadt wandert. Ja, dann nur auf seinem Karakiel umherfliegt. Wo genau er zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist. Könnt ihr den Karakiel abschießen? Ja, aber wenn das wirklich so ein arroganter und selbstverliebter, in euren Worten, Sack ist, dann wollen wir uns nicht einfach auf den Marktplatz stellen und schön laut rufen, was wir eigentlich von ihm halten und dann wird er schon runterkommen. Nein, denn dann schickt er 100 Gardisten und 23 Dämonen in unsere Richtung und wir sind Hack. Ich gebe ja dann Ungernrecht, aber ich glaube genau das würde passieren. Er ist nicht Galotta. Verwechselt Paranoia, nicht mit Arroganz. Na gut. Also selbst wenn mein Plan nicht funktioniert, haben wir immer noch ein Pakti-Raum gebracht und ich denke, da hat keiner was gegen. Was ist das nur in letzter Zeit, dass Rafim immer die besten Pläne hat? Ja, weil die letzte Zeit immer dafür rief, dass wir irgendwas umbringen und das finde ich immer gut. Wenn ich noch eins einwerfen darf, erinnert euch doch noch an Jolgomack an den Palast von Galotta. Jemand der, der jetzt in einzelnen Bruchstücken über Garret verteilt liegt? Exakt dieser Asmodeus setzte doch dort ein Musikinstrument ein gegen uns, beziehungsweise er plante, es einem anderen Magier unterzuschieben. Und wann habt ihr erzählt, diese, was weiß ich für eine Harfe? Die Geierharfe. Das klingt wie aus einem parasischen Heller-Roman. Ich versichere euch, es ist kein Stück aus einem, wie gesagt, Heller-Roman. Dieses Ding, dieses Artefakt kann Astral-Magie absaugen von Magiern, beziehungsweise Zauberkontieren. Und damit auch den Geist und die Wahrnehmung von Gegnern zu bewirken. Ein furchtbarer Artefakt. Habt ihr auch einen Punkt? Wo das ist? Wir sollten davon ausgehen, dass er immer noch im Besitz dieses Instrumentes ist. Alles klar, wenn er es einsetzt, machen wir es kaputt. Zum Glück bin ich eh fast ohne keine Kraft gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich zerstörbar ist, auf normalen Wege. Also glaubt ihr, dass während Yalan mit einem Sturmangriff auf ihn zurennt und ich versuche, ihm von hinten in den Rücken zu schlagen, er seine Harfe anfängt zu spielen? Sie spielt wahrscheinlich von alleine. Sie ist immerhin ein Instrument des Rastlosen. Nun, wie gut, dass wir auch einige profane Kämpfer dabei haben, die sich davon nicht beeindrucken lassen. Dieser Harfe dient auch dazu, Gegner zu verwirren. Es ist egal, ob er profan oder magisch oder geweihter ist. Wenn unser Glaube nur stark genug ist, dann wird das schon gehen. Das Gardanums-Dings da, das ist doch gut für alles. Machen wir das. Ihr meint den Gardianum. Genau, das Gardanums-Dings. Ja. Wir können es natürlich versuchen, aber ich wollte euch nur vorwarnen. Eure Warnung ist wertgeschätzt. Danke, Abemir. Ich hatte nur irgendwie gehofft, dass er es jetzt aus der Tasche zieht und sagt, aha, damit können wir ihn besiegen. Wir könnten, wenn wir an diese Harfe herankommen, sie gegen ihn benutzen. Abemir, bitte. Moment, Moment. Ich will jetzt nicht vieler Dinge zu bemächtigen, aber das geht zu weit. Wenn es ein Musikinstrument ist, läuft es dann wirklich über die Musik, die das Instrument produziert, denn ansonsten Silenzium und dann ist das Ganze egal. Nun, ich fürchte, so einfach ist es nicht zu bezwingen. Wenn es aber genau so einfach ist? Weil ich meine, sind die Dinge so einfach. Vielleicht behalten wir diese Idee einfach einmal im Hinterkopf. Und auch? Das ist der Musik. Ja, gut. Ich wollte es nur mal in den Raum hineinwerfen, dass man diese Harfe auch gegen ihn benutzen kann, aber nun ja. Meine Meinung dazu ist, dass wir das komische, böse Dämonen-Artefakt nicht benutzen, wofür auch immer. Ja, nein, wir sollten nichts von dem Gegner benutzen. Finde ich auch. Sehr gut. Dämonische Artefakte zu benutzen, das geht immer nach hinten los. Das sind Mächte, die dem Chaos dienen. Nichts sonst. Genau, und wer weiß, vielleicht saugt die Harfe nicht nur deinem Gegner die Seele raus, sondern die auch? Die Ar... Spiele die Harfe und sei dann auch ein Paktierer. Lieber nicht. Lieber mir auch sein Paktierer, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich auch nicht. Paktierer sind doch in der Regel... Ja. Durchsetzungsfähig. Ah, so schätze ich mich ja. Guten Tags. Manchmal seid ihr, wie ich schon heute öfters mal sagte, ein Sack. Ich finde euch aber ganz witzig. Bl dates, auf der Rest von wasserliśmy. �x, was er das ist ja schon wieder gelegt. Ok. So, ich bin... Um, am Mum. Question. Ok. 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 Vielen Dank.